Was denn? Hä? Kona, das war super! Du kannst wirklich alles singen! Was Anime-Songs betrifft auf jeden Fall! Wie du verschiedene Stimmfarben verwendest, das klingt wirklich ganz hervorragend! Bei Anime-Songs lautet die eiserne Regel, möglichst nah am Original zu bleiben. Oh! Gut, dann übernehme ich das nächste Lied. Und was singst du, Schwesterherz? Der Titel wurde zwar gerade angezeigt, aber der sagt mir nichts. Was? Du kennst das nicht, Miyuki? Nein! Kagami, gib alles! Enttäusch mich nicht! Ach! Ah, das habe ich schon mal gehört! Wir haben uns doch bis vor kurzem noch die Serie angesehen! Ach, wirklich? Ich persönlich finde ja den Film besser! Bist du ein alter Mann, oder was? Goodbye zu sagen heißt nicht, dass man sich für immer trennt! Klingt ganz gut! Sie kann in unserer Familie am besten singen! Bis zum nächsten Wiedersehen! Auch wenn du dich nach einem Ort sehnst, der deine Träume für dich bewahrt, bleibt es doch in deinem Herzen kalt! Ich wünsch mir so, dass ich dich halten kann! Um dich zu wärmen Tag und Nacht! Und beim nächsten Mal in Lucky Star? Ich bin Miyuki! Golden Week! Das ist angeblich ein Branchenbegriff, der darauf zurückzuführen ist, dass in diesem Zeitraum die Besucherzahlen im Kino steigen! Nächstes Mal, der Meisterschütze! Freut euch drauf!